So, willkommen zurück im Leicastor Heidelberg Podcast. Heute haben wir jemand ganz Besonderes zu Gast und zwar Sebastian Werle. Viele von euch kennen ihn genau davon, von seinen Schwarzwald-Trachten-Bildern. Er macht die aktuelle Ausstellung bei uns in der Galerie Reise zur Heimat. Wir freuen uns, seid gespannt, wird eine tolle Folge. Danke Sebastian, dass du da bist und du mal die Zeit nimmst, geh mit uns ein bisschen zu quatschen. Gerne, gerne. Ja, am Anfang wollen natürlich die Zuhörer erstmal wissen, wer bist du überhaupt, was machst du, wo muss man dich denn vielleicht ein bisschen zuordnen in dem fotografischen Game? Game, ja. Ich komme eben aus dem Schwarzwald, bin Sebastian Werle. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen bekannt als lokaler Promi-Fotograf und Künstler. Eben, ich habe eine Galerie in Freieamt mit, so aktuell sind es so zwölf Mitarbeiter. Und ja, jetzt so im Oktober, da geht echt gerade die Hölle los mit Ausstellungen. Ich habe morgen auch gleich wieder eine. Vernissage im Stall, so was ganz anderes eigentlich jetzt als hier. Ja, und also ich komme eigentlich aus dem Handwerk oder bin auch so richtig als so Wälderjunge eigentlich aufgewachsen. Ich komme von mehreren Bauernhöfen gleichzeitig. Also Oma und Opa hatten Bauernhof, mein bester Freund, so der hatte, oder meine Freunde hatten alle Bauernhöfe, die mittlerweile alle mehr oder weniger geswitcht haben halt so weg von den Tieren, mehr so Touri-Sachen. Und ja, ich habe so ganz klassische Handwerkslehre gemacht. Ich habe Hauptschulabschluss hinter mich gebracht und da war ich in Kunst eigentlich auch ganz gut. Da hatte ich meine beste Note auch im Zeichnen. Ja, ich wollte aber dann eigentlich gleich so selbstständig werden, in Anführungsstrichen, also das Geld verdiene und irgendwie auf eigene Füße komme. So, das war meinen Eltern total wichtig, weil ich bin einer von vier Kids, die die auf die Welt gebracht haben. Und ja, da ist halt eigentlich schon wichtig, wenn die alle mal selbstständig werden. Ja, und dann, ja, habe ich die Lehre mega gut abgeschlossen auch. Und durch das, dass ich es mega gut abgeschlossen habe, bin ich dann auch auf Kachelofenbauer. Und dann habe ich einen Meister auch gemacht. Jetzt bin ich ganz offizieller Luftheizungs- und Kachelofenbauer-Meister. Nicht schlecht. Gibt es den Job jetzt noch so? Also jetzt zum Beispiel im Kfz-Bereich hat sich es ja auch zu Mechatronik geändert und jetzt kann ja auch sein, dass es in dem Bereich auch wieder... Also ich finde es krass, als ich den Meister gemacht habe, damals in München, da war schon so der Tod oder der schleichende Tod so am Horizont zu sehen, weil das ganze Ding wird im Endeffekt von der Industrie aufgefressen, die halt alles so normiert, Verbrennungstechnik normiert. Und du kannst nichts mehr handwerklich selber machen, so mehr oder weniger. Das, was jetzt die AI so in der Fotografie ist quasi, du machst, es wird alles nur noch vorgefertigt. Du musst selber nichts mehr denken und mit der Begründung halt von Umwelt. So, aber meiner Meinung nach ist halt ein Holzfeuer, ja, immer noch was ganz Schönes, Natürliches. Und wenn ich dann mal irgendwann mein eigenes Haus habe und so, werde ich da auch einen Krachelofen reinbaue. Vielleicht sogar mit geheimen Kamin, wovon kein Kaminfaker irgendwas weiß. Ja, hoffentlich hört keiner zu. Ja, okay, ich überlege mir das nochmal. Ne, ja, das ist mega, wir haben auch einen Krachelofen, das ist super. Gerade im Winter, in der Stube, wie man sagt, für uns. Und dann kommst du rein und lehnst dich an und das ist echt super. Ich habe als Kind immer, hatte ich immer Angst vor dem Kachelofen, weil da meine Uroma gesagt hat, da unter dem Kachelofen, da wohnt der Wauser, der Wauser. Und da hatte ich immer Schiss davor und hat sie immer so geheult unter dem Kachelofen, so vom Luftzug, Luftzug, ja. Ja, krass, aber dann bist du ja eh so ein bisschen, sag ich mal, Handwerk begeistert. Wie ist denn das in der Fotografie, das Handwerk, ist für dich wichtig in der Fotografie? Also, was ich ja eigentlich krass finde, so an der Fotografie oder in der Kunst, so mit der Kamera, dass man halt unendliche Fehlerquellen hat. Ja, du hast grundsätzlich von der Einstellung an der Kamera natürlich viele Fehlerquellen. Also Blendezeit, ISO, da kann man ja mit so drei Sachen schon elendig viel falsch machen. Oder ja, schon, oder mit dem Objektiv, zum Beispiel jetzt hier, wenn ich das, ich habe ja hier so einen Summilux in der Hand von Leica und ich meine, wenn ich jetzt einen Vogtländer nehmen würde, wäre schon der erste Fehler. Wir haben dich nicht gezwungen, das zu sagen, muss man dazu sagen. Ja, nee, Quatsch, aber ja, was auch krass ist, ist halt dann kalibrierter Monitor, so das, das, und ich finde auch das eigene See, ja, wenn man stundelang vor dem Bild hockt und das irgendwie retuschiert, dann irgendwann kann man das Rot von dem einen Rot nicht mehr wirklich unterscheiden. Also man wird irgendwann auch so arbeitsblind am Rechner, sollte dann mal Pause machen, so Schichtle. Ja, und das geht dann weiter eigentlich bis dann zum Druck. Ja, wie es gedruckt wird, da können auch Fehler passieren. Und dann, wie man es dann präsentiert, also es ist jetzt mal so ein schneller Abriss, matt oder glänzendes Papier macht einen großen Unterschied. So, ich liebe zum Beispiel Bach-Rütter, ich mag so ein bisschen so das mittlere Ding. Wir sind ja jetzt hier umgebe von Museumsgläser, so, das ist entspiegelt und so absolut high-end mit Ausbelichtungen, also so eine echte Fotografie-Ausbelichtung hinten dran. Und das wird dann, also es wird dann auf Alu kaschiert und dann kommt das Glas drüber oder wie funktioniert das? Ja, also das ist ein patentiertes Verfahren hier von den Museumsgläser. Man hat im Endeffekt eine entspiegelte oder eine metallbedampfte Oberfläche, also so ein Coating, wie objektiv hat, sozusagen. Und diese Glasscheibe wird dann zwischen zwei Gummiwalzer mit der Fotografie verpresst, mit einem speziellen Kleber dazwischen. Und dann wird hinten dann noch ein Träger drauf gemacht. Jetzt in dem Fall hier ist es eine dünne Alu-Platte, auf die dann entweder ein Alu-Rahme kommt oder wir machen dann eben unsere eigene Rahme hinter drauf. Die machen wir auch selber. Das ist jetzt eigentlich schon fast eine halbe Schreinerei, die ich da bei mir in der Galerie habe, wo wir dann mit einer Gärungsstanze und so unsere Rahme individuell fertigen. Also da spielt auch bei mir ein bisschen rein, ich bin zwar kein Schreiner, aber ich habe halt schon die Liebe zum Handwerk. Aber natürlich ist die Arbeit am Rechner schon ein bisschen was anderes, als mit der Hilti auf der Leiter in zwei Meter, mit der Bohrkrone irgendwo 50 Zentimeter Loch durchzubohren irgendwo oder schwere Steine in der Gegend rumtragen. Also früher war das wirklich schon sehr, sehr hart und jetzt die Arbeit am Rechner ist schon nicht mehr so hart. Aber das haben wir auch gemerkt, als wir hier die Bilder aufgehängt haben zu dritt. Da haben wir in der Zeit, wo du fünf Bilder aufgehängt hast, haben wir eins geschafft. Ich glaube, da kommt dir das schon zugute, dass du die handwerkliche Erfahrung hast. Was erzählst du denn da wieder, Yannick? Ja, ich habe mal gezählt, ein profanelles Galerische-Team. Also in der Zeit, wo ich glaube ich zwölf aufgehängt habe, hattet ihr, glaube ich, zwei. Ja, nee, eins. Nee, aber das Ding ist ja so, ich bin ja auch auf der Art Karlsruhe unterwegs, mit der Galerie Super aus Baden-Baden. Und er ist auch ein krasser Handwerker und mir zwei spornen uns da auch immer voll an. Und deswegen habe ich da auch Erfahrung. Ich habe die gleiche Fehler, wie ihr gemacht habt, habe ich da auch gemacht. Da merkt man einfach, wie viele Ausstellungen machst du so im Jahr? Ich glaube, wir hatten es gestern auch kurz drüber. Ja, also zwischen 10 und 15. Also zur Corona-Zeit, da war halt, da war ja gar nichts los. Das war eigentlich auch mal ganz angenehm. Aber ich habe vor Corona-Zeit, da war ich schon ziemlich am Anschlag einfach mit vielen Ausstellungen. Ja, da waren schon viele, viele, viele Wochenende war ich dann halt noch irgendwo on location und habe was zu meiner Arbeit gesagt. Es macht mir Spaß, ja. Aber es ist schon, ja, also ich muss mir dann halt den Montag als Pausetag irgendwo einbauen oder Donnerstag. Aber was ist denn der Grund, um zu sagen, hey, es gibt ja bestimmt auch Zulieferer oder Leute, die das auch produzieren können, zu sagen, hey, ich baue mir jetzt ein eigenes Team auf und produziere die Rahmen und das alles selber. Also Flexibilität, Schnelligkeit. Das hat auch alles seine Gründe. Also ich habe, ich habe ja das ja so angefangen eigentlich mit Zulieferer und die haben aber irgendwann, vor allem auch durch Corona, haben die teilweise mal nicht geliefert, ja. Und dann stehe ich auf einmal da und es ist Weihnachten und hast keine Rahmen und dann, ja, muss ich irgendwas einfallen lassen. Ja, und dann war es aber auch qualitätsmäßig irgendwann so ein Problem, ja. Die schicken dir eine Palette und dann ist die Hälfte irgendwie vom Transport kaputt. Oder ja, es ist einfach nicht so, wie du dir halt die Qualität vorstellst. Und dann haben wir dann so Stück für Stück gezwungenermaßen so haben wir dann geswitcht. Und ja, jetzt ist es auch viel einfacher, das quasi so lagertechnisch hauszuhalten, so Rahmen auf Vorrat zu halten, ist schon ein bisschen platzintensiv. Und jetzt können wir mehr Just-in-Time, auch individuelle Formate machen. Und das hat schon ein großes Sinn ergeben. Aber ja, klar, du hast dann halt nie noch eine Schreinerei dazu. Und dann kommt noch die BG, kommt noch dazu, Berufsgenossenschaft. Die macht es dann auch nicht einfacher. Ja, am Anfang sieht es alles immer so schön einfach und easy aus. Und dann kommen die deutsche Behörde. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, das ist auch teammäßig. Also jetzt gibt es ja, glaube ich, überall ein bisschen Probleme mit Mitarbeitern und so zu finden. Gerade auch jetzt, also. Ja, also ich meine. Und dann muss man ein Team aufbauen, das war sie auch. Ja, ich habe jetzt. Rahmen produziert oder sowas, das ist nicht einfach, glaube ich. Ja, ja, also ich habe ja im Endeffekt zehn Jahre lang jetzt ein Team aufgebaut. Und ich habe da schon für mich selber das Rad neu erfunden eigentlich. Ich bin ja kein geschulter Personaler oder sowas. Am Anfang habe ich dann so gedacht, ja gut, ich kann es einfach gar nicht, weil ich mal so richtig schlimme Leute einstelle da, die ich im Endeffekt gleich auch wieder rausgeschmissen habe. Und habe da so mein Selbstvertrauen ein bisschen verloren, nur um dann zu merken, okay, wenn es andere machen, ist es auch nicht unbedingt besser. Dann habe ich es wieder in die eigene Hand genommen. Und durch ordentlich viel Pain und Schmerz kommt man aber irgendwann zu richtig, richtig guten Leuten. Und das Krasse ist halt, wenn du dann mal jemanden hast. Also ich sage jetzt auch einfach mal die Namen, weil man kann ja ruhig jemanden auch loben. Das ist die Lisa, die ist eben meine Chefassistentin. Die ist quasi immer für mich da, auch mal außerhalb von der Zeit. Und das kann man so nicht von allen immer erwarten. Ich habe auch viele jetzt, ich habe als Alleinerziehende Mütter bei mir in der Galerie und auch eben die Family habe und nur Halbtags arbeite. Ja, aber ich habe mittlerweile absolutes Spitzeteam. Da sind wirklich nur Top-Leute mit dabei. Und das hat sich ja über die Jahre quasi so langsam Schritt für Schritt entwickelt. Es muss sich alles so ein bisschen finden. Aber ein gutes Team ist wirklich so auch der Schlüssel für das Ganze. Weil eben die ganze Arbeit, die jetzt hier hängen, die haben ja eben, wie gesagt, mein Team in der Galerie hat das ja alles vorgerichtet und montiert und die Rahmen gemacht. Also alleine würde ich das halt beim besten Willen immer hinkriegen. Ja, das ist schon beeindruckend. Also die Bilder sind riesig. Also kommt gerne vorbei, guckt es euch an. Und was ist denn überhaupt so ein bisschen die, also wie kommt man da drauf? Trachte zu fotografieren oder wo nimmst du die Inspiration her? Oder was hat dich damals bewegt, das so durchzuziehen? Ja, also das Ding ist so, ich komme ja voll so aus dem traditionellen Schwarzwald. Ich habe ja früher als Kind, hatte ich ja als Autrachter an und bin damit aufgewachsen so, dass es mir eigentlich gar nicht bewusst war. Meine Uroma hat immer Tracht getragen. Das war ein Schnapphut. Und ich dachte halt immer, das ziehe halt alte Leute, ziehe alte Leute Kleider oder sowas. Ich hatte ja echt, du kriegst ja da keine Aufklärung. Das zieht man halt an. Das ist so wie, du stehst im Wald und da sind halt die Bäume und du siehst den Wald vor lauter Bäumen, nicht so irgendwie. Ja, also man kann eigentlich sagen, dass ich so ein bisschen durch das reise. Mein Vater, der ist ein ziemlich wilder Hund. Der fliegt Gleitschirm und der ist immer in Südafrika und in Asien. Der ist also so mordskrass unterwegs. Und ich war eigentlich ja als 25, 26-Jähriger eher schon noch so ein Heimscheißer. Und der hat mich dann mal ein bisschen so mitgenommen auf Reise. Und durch ihn kam eigentlich auch das Ganze, dass ich dann später eine Radreise gemacht habe, durch das, dass er mit mir nach Patagonien runter ist. Und dann sind wir die Caritera aus Strahl mit dem Fahrrad gefahren. Für mich war das natürlich vor allem ein Grund, Kamera mitzunehmen und geile Landschaftsbilder zu machen, was sich auch wirklich gelohnt hat. Ich hatte auch so ein paar Ziele und es ist, glaube ich, schon auch immer gut, wenn man da welche hat, wo man hingehen will und fotografieren möchte. Dann wird es auch gut. Das war so ein Punkt, der hieß Emerald Cave. Das sind so Marmorhöhle draußen auf dem Meer oder ähnlich auf dem Meer, auf so einem großen See. Und ja, das ist so bläulich, kringelig. Wäre auch jetzt hier was für die Ausstellung gewesen eigentlich. Ja, da war ich eben schon 2009 eigentlich mit Landschaftsfotografie so schon beschäftigt. Ja, genau. Also und mein Vater, der war schon so ein bisschen die Initialzündung, dass ich dann aus dem Schwarzwald rausgekommen bin. Nach Chile und ich erinnere mich noch so an ein Gespräch in der Bar. Da hat sich mein Vater elendig besoffen. Elendig. Der war so elendig voll. Am nächsten Morgen, wenn er mich nicht gehabt hätte, dann hätten wir einen Bus verpasst und so. Ich habe den dann mit auf den Bus geschleppt. Und auf der Busfahrt hat er seinen Kopf vorne zwischen zwei Sitze eingeklemmt und hat geschlafen. Da habe ich fotografiert. Ja, und da haben wir zwei Ladies, ältere Ladies getroffen. Die haben dann zu meinem Vater oder zu mir gesagt, jetzt oder zu meinem Vater haben sie gesagt, jetzt hast du deinen Sohn versaut. Wegen der Reise, also den mit dem Reisevirus infiziert. Und ab da ging es dann nach Sri Lanka, Thailand und so weiter. Und das hat schon mir eine Perspektive einfach eröffnet, auch die Dinge dann mal von draußen zu sehen und dann auch wieder zurückzukommen. Und ich meine, das ist auch so ein bisschen der Titel von der Ausstellung Reise zur Heimat. Und so wieder das zurückkomme und dann auch zu sehen, was wir eigentlich hier haben. Und um es jetzt vielleicht so richtig zu finishen, das ist blöde Denglisch, um das abzuschließen, ist es so, dass ich dann, ich bin ja dann zurück nicht mehr nach Simonswald, wo ich eigentlich herkomme. Ich bin ja dann, ich habe auch mal in Sexau gewohnt mit SEX für vier Jahre. Da hatte ich meine erste Ausstellung übrigens und bin dann aber nach Freiamt, weil das liegt so ein bisschen auf dem Plateau, einfach eine schöne Gegend. Und ja, da kommt halt auch meine Frau her. Da gibt es die Hörnerkappe Freiamt. Das sieht aus wie so eine Mickey Mouse oder so eine riesige Schleife sieht die aus. Und das war für mich einfach sowas absolut Inspirierendes durch dieses, durch dieses Verrückte, was eigentlich auch voll was Modernes hat eigentlich. diese Extravaganz. Es war eigentlich so ein bisschen die Idee, das so aufzuziehen, wie Alexander McQueen damals seine Model-Shows organisiert hat. Ich fand das ziemlich krass, weil er hat sich ja dann irgendwann so Richtung, es war dann immer düsterer und irgendwann hat er den Tod auch inszeniert, bis er sich dann, also es lohnt sich mal die Doku von ihm anzuschauen. Und da habe ich so Szenen gesehen, wo ich vor allem mit einem krassem Make-up dann mit der Hornkappe von Freiamt fusionieren wollte. Also ich wollte die, ich wollte jetzt, viele verstehen es glaube ich immer ein bisschen falsch, so indem sie sagen, ja es ist Tradition und moderne 2G-Gesetze werden da irgendwie zusammen gesteckt, ohne dass sie eigentlich passen. Aber meine Idee ist bei dem ganzen Projekt vor allem, es muss zueinander passen. Also es gibt dann manche Trachter, da sieht man es so ganz deutlich, dass auch zum Beispiel das Tattoo eine Ähnlichkeit hat zu Muster oder zu Blume in der Tracht selber. Also es soll fusionieren eher, so das ist mein Anspruch. Auch wenn es dann zu weit auseinander geht, weiß ich, wenn man dann, wenn es zu übertriebe wird, dann mir gefällt es dann persönlich nicht mehr. Es muss eine Ästhetik haben, das Ganze so. Ich mag es eher ein bisschen zurückhaltend. Es ist so ein Ritt auf Messerschneide, wenn man es dann arg übertreibt. Mir gefällt es dann nicht mehr. Ich mag es eher ein bisschen dezent oder passend. Ja, ich muss sagen, das ist ja auch bei, finde ich jetzt bei dem, was wir fotografiert haben, also wir haben extra für die Ausstellung Fünf Trachte aus Wetzlar fotografiert, die hier in Heidelberg hänge. Und ich finde auch bei dem Dreispitz, was ja eher so eine Pirate-Anmutung hat, passt auch, Kevin heißt das Model, das passt auch von den Tattoos richtig gut zusammen. Also das muss man schon sagen. Und das ist, glaube ich, das, was du versuchst, dann auch immer gut zu kombinieren eigentlich. Ja, ja, wir haben da bei ihm auch so ein bisschen die Krake geöffnet, ja. Und da kommt halt das Tattoo noch besser raus. Ja, das ist mega. So, also, ja, ähm, wie soll ich sagen, ja, das entsteht auch, manches entsteht auch am Set, ja, so die kreative Arbeit, ja. Ja, aber das ist ja das, was so auch, also, wir haben, genau, wir haben ja an dem Tag, hat ja das Hauptmodel, was wir fotografieren wollten, ähm, hat ja dann noch ihre Schwester mitgebracht und die nur mal so mitgucken wollte. Und da habe ich gesagt, hey, komm, Herr Spock, machsch mit. So, und dann, ähm, war sie auf einmal auch mit, mit dabei, äh, eben im, im Setting. Und, äh, das ist aber schon öfters auch passiert. Also, ich hatte schon Models gebucht und die hatte dann noch irgendwie jemanden dabei und habe ich gefragt, ja, hast du Bock noch einfach mal mitzumachen? Und dann, äh, entstand so, so entstand zum Beispiel auch Kehl, also die Kehler-Tracht, die ich fotografiert habe mit, ähm, Iltis-Hut. Und, ähm, und, also er damals hatte seine Freundin mit dabei und dann habe ich die halt auch fotografiert, die Edgem hieße. Und, äh, es war, war echt, war echt, äh, witzig, spontan halt auch, ja. Ja, geil. Dann haben wir ja außer Trachten noch ein paar andere Sachen hängen, und zwar, äh, Tiere. Jetzt ist die Frage, wie fotografiert man denn einfach eine Kuh? Also, ja, man muss... Ja, man muss... Im Studio bringen ist schwierig, aber... Ja, also das Wichtigste ist, man geht in einen Leica-Store Heidelberg und kauft sich eine Kuh 3 mit 43 Millimeter. Ja. Und dann geht's von alleine. Und dann geht man halt in Kuh. Ja, das wird sogar tatsächlich gehen, ja. Ähm, also, viele fragen mich immer, ob ich dann die Tiere mit in den, äh, ins Studio bringe. Das, äh, ich, das geht alles, ja, ja. Aber es wäre, also, das wäre krass. Das ist sehr zu viel auch von da. Also, das Studio wäre nachher zerstört. Die Kuh wäre verstört. Und, äh, ja, also, ja, das könnte man dem Tier niemals antun. Also, ähm, durch das, dass die Tiere halt absolut scheu sind und die sind ja im Transport auch so eigentlich nicht gewohnt, wie jetzt irgendwie Pferde oder sowas. Aber, äh, also, wenn, wenn ich Tiere fotografiere, dann komme ich immer zu den Tieren. Immer, immer. Also, ich hole die Tiere nie ins Studio bei mir. Ähm, und fotografiere das dann, äh, und, äh, on Location einfach. Äh, äh. Das klappt gut oder, ähm, machen die ja als Probleme? Also, das, das Ganze ist ja so aufgebaut. Ich gehe mal, ich gehe, ähm, erst mal hin mit der Stefanie Schneider, dem Blumenmädchen und dann, ähm, setzen wir uns zusammen. Weißes Blatt Papier überlege uns. Ähm, die, also, wir haben meistens Fotos von einer Kühe, die ich dann schon mal fotografiert habe, äh, und überlege uns, was für Blume dann dazu passen könnte. Und dann zeichnen wir einfach mal von Hand so grob oder, äh, basteln wir es zusammen in Photoshop, wie das so grundsätzlich aussehen könnte. Äh, ja, und dann besorgt sie die Blume, ähm, ähm, in, ähm, ja, je nachdem, wo man es halt, also entweder auf dem Feld, äh, in der Umgebung oder wir haben irgendwie ganz, ganz besondere Blume dann irgendwie aus Holland, je nachdem. Und dann gehen wir, gehen wir hin, suchen uns einen schönen Tag raus, wo es irgendwie auch wettertechnisch passt, äh, wo es dann hoffentlich nicht so viele Fliege hat. Und dann wird das Studio quasi im Stall aufgebaut, ähm, großer Hintergrund. Also beim Coo-Shooting brauchst du eigentlich einen gigantisch großer Hintergrund, ist dann mit dem Wind immer auch ein bisschen kritisch, äh, da irgendwie mit Zandsäcke arbeite, aber ist, ja, also so ein Riesensegel, da, da hast du, ja, brauchst du einfach wenig Wind. Und, ja, ich versuche das meistens im Stall zu machen und dann auch so, dass die Kuh ihre Freunde quasi noch um sich hat, damit sie sich dann einsam fühlt. So, die, die, die vermisse schnell auch ihre Herde. Das muss man auch ein bisschen so im Hintergrund behalten. Äh, da muss man aber auch im Hinterkopf haben, dass die Kühe dann eifersüchtig werden, auch die anderen, weil die kriegt ja Sonderbehandlung, so, dann, dann sollte die auch ein bisschen schon getrennt sein, weil dann kommen die anderen Kühe daher und, und, äh, drängle sich dann da mit rein, weil die kriege ja Leckerlis. Spannend, okay. Ja, das heißt, die Kühe sind alle beieinander im gleichen Stall, dann wird es nicht so abgetrennt. Ja, es kann auch sein, dass ich dann das wirklich auf dem Feldstudio aufbaue oder versuche mal so ein bisschen mit einem Extrazaun so einen Raum zu schaffen, wo dann die Kühe, äh, wo die dann separiert sind, ein bisschen von der Herde. Äh, es kann auch sein, dass dann irgendwelche Kälber zu, zu mir herkommen und am Blitzkabel rumknabbern, dann das, das habe ich auch schon, habe ich auch schon gesehen und dann, äh, muss ich dann schon mal einschreiten, weil es, äh, Blitzkabel sollte man nicht unbedingt reinbeißen. Aber eh wie ich, also da ich ja selber auch gewissermaßen vom Bauernhof komme, ähm, habe ich ja mit Kühe auch voll die Erfahrung und, äh, voll witzig, ich hatte mal zwei, äh, zwei Köche, zu denen, mit denen ich dann halt also Fotoshootings gemacht habe, einfach für ein Fotobuch und dann habe ich zu denen gesagt, ach komm, wir gehen mal raus aufs Feld zu den Kühen und die hatte voll Schiss vor den Kühen, ich habe es gar nicht gecheckt und dann muss man eigentlich gerade wieder zurück, weil die, die hatte, also, also ist ja eigentlich auch gut, wenn man Angst hat oder wenn man Respekt vor den Kühen hat, weil die könne schon auch, ähm, die könne einen schon, also wenn man zum falschen Stier kommt oder so, der, der nimmt einen auch auseinander, also es kann schon tödlich gefährlich sein. Die, die, äh, das Projekt ist auch gefährlich. Ich habe natürlich von dem Projekt auch der Berufsgenossenschaft erzählt, das war auch ganz schlau. Okay, spannend. Am besten ist, du erzählst noch, dass du auf irgendeinem Stuhl oder so stehst. Im Feld, im Hellstall. Eher gut, das eher weniger, aber, ja, ähm, es ist, äh, die, die Arbeit mit Tieren ist generell so voll risikoreich bewertet, auch BG-technisch. Also ich bin ein gebranntmarktes Kind von Behörde. Ja, aber dann nochmal zurück zu der anderen Kuh. Wie, woher kommt denn die Faszination für, für Leica? Also, oder? Für die Kühe. Zu der anderen Kuh. Ähm, also was, wie hat es dich da angesteckt von dem? Ja, also, ähm, ich, ich habe von mir ein Foto, wo ich in Basel da in der Gasse stehe, am Leica-Store in Basel, ja, und mir halt da die Kameras anschaue, so, die halt einfach nur unendliche Kilometer entfernt sind von meinem Budget einfach. Äh, ja. Wann war das ungefähr? Das war 2012, ähm, da, oder nee, 2011, ja, sowas um den Dreh. Und, ähm, ist, ja, also es hat mich, ich weiß nicht, warum es mich, äh, man, man sieht's halt, man hört halt übers Netz Leica und die, ja, die Objektive sind, sind, sind so, äh, besonders, halt, ich hatte aber nie irgendwie einen Vergleich, so, in der, in der Richtung. Ähm, und ich hatte vor allem immer nur von dem Noctilux auch gehört, so, Ebeblende 0,95, krass, krass. Äh, ja, ich habe halt damals mit meiner, äh, mit meiner Nikon, mit, mit einem 50er 1.4, was auch, äh, legendär ist für, ja, einfach eher schlechte Qualität. Okay. Ja, bei Nikon sind die 1.8er, glaube ich, die, die eher ein bisschen besser sind. Also, damals halt, da kann ich Offenblende, halt, nicht so Offenblende fotografieren. Wusste ich damals aber noch nicht. Ich dachte dann, ich hatte damals so die Meinung, ja gut, Offenblende ist halt eher ein bisschen einfach schlecht, so. Und, äh, bis ich dann in Mexiko war, da habe ich, äh, in Mexiko City jemanden gesehen mit einer Leica und habe den natürlich gleich angesprochen. Und dann hatte der doch tatsächlich eine Leica M9M, also monochrom, mit einem Noctilux. Mit dem Ding war der unterwegs und ich hatte gedacht, das ist ja einfach nur ein Traum, ein Traum. Ich wette es so gern auch, einfach, weil der Look ist mega krass einfach, dann, das habe ich auch zum ersten Mal des Noctilux, in Anführungsstriche, erlebt, so. Ähm, und, ja, ähm, musste aber trotzdem halt spare und warte, gewisse Zeit, bis ich es mir dann tatsächlich auch gekauft habe. Was war die erste? Die erste Leica? Die erste, meine erste Leica war eine, äh, eine M9, eine M9, M9P, ja, M9P. Und die ich immer noch habe. Ich wollte gerade fragen, hast du die noch? Die habe ich immer noch, ja, ja. Und dann hatte ich, äh, meine Lieblingsbrennweite dazu, das ist gar nicht 50, ich bin eher so bei 35 Millimeter. Das ist so meine, mein Favorite. Ähm, ich, also ich musste aber Leica für mich auch erst mal ein bisschen verstehe. Weil ich habe die, äh, das muss ich zu meiner Schande gestehe, hatte ich die am Anfang eher so ein bisschen an der Sony adaptiert und habe dann gesehen, ja gut, das ist ja gar nicht richtig scharf, vor allem an der Ränder. Ähm, habe das aber dann erst verstanden, als ich das an der M9 dann hatte, weil ja einfach das Deckglas dünner ist und die einfach dafür ausgelegt ist für, für diese kompakte Objektive. Und ja, letzten Endes habe ich vor allem für mich, äh, verstanden, was eigentlich, äh, also Leica M bedeutet. Ich meine, es gibt ja natürlich auch die, die SL, da ist die Philosophie ein bisschen eine andere, aber, ähm, ich finde es schon unglaublich, wenn man sich jetzt das hier anguckt, da die, äh, die Größe, ne, hier von dem 35er, wenn man jetzt die Sonnenblende noch abmacht, dann das, wenn das ein 35er 1.4 irgendwie ist, so, das ist schon, schon, ähm, ähm, gigantisch und die, und die Qualität, die das hier abliefert, ähm, das ist schon was, was Besonderes, so. Und das finde ich für mich, der einer, also ein Fotograf, der eher so gerne so ein bisschen leichtgewichtmäßig unterwegs ist, ich mag es nicht, wenn es jetzt immer zu schwer ist, vor allem auf Reise. Da ist sowas halt einfach, ähm, ja, auch schön im Handling, schön kompakt, unauffällig und die Philosophie hat, glaube ich, noch nie, also es, ähm, hat, glaube ich, kein anderer Hersteller so wirklich hingekriegt, ja, so, halt auch für den großen Sensor, für die, für die, für Fullframe, ähm, oder Kleinbild. Ähm, das ist schon, was, was ich dann verstehe, musste erst mal so Stück für Stück, ähm, ja, jetzt, wo ich auch noch ein Besitzer bin von dem 35er Apo, da, ähm, da habe ich dann jetzt so mal die absolute Perfektion dann kennengelernt, also, ähm. Du hast aber beide im Einsatz, also du sagst, du liebst das Summilooks, aber hast du auch das Apo? Ja, die sind, die Looks sind ja schon sehr, sehr unterschiedlich von den, von den, von dem, vom Apo und vom, von dem Summilooks, also, ähm, wenn ich jetzt analog fotografiere, habe ich dann doch eher manchmal dann das, ähm, das 1,4er eben, wenn ich ein bisschen mehr Lichtstärke habe, so, äh, ja. Da sind wir jetzt schon bei der richtigen Frage, wie viele Kameras hast du? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wie viele Leicas? Vielleicht ist es einfacher? Äh, boah, also ich habe eine, eine M1, M3, den habe ich zwei M6en, zwei M7. Es kam gestern noch eine dazu, nicht vergessen. Oh, ja, äh, ja, es, äh, dann kam, dann habe ich eine M9P, genau, dann habe ich eine M9M, diese Monochrom, die, ähm, von der ich ja auch damals so fasziniert war in Mexiko. Dann habe ich eine M10P, dann habe ich eine M10M, dann nochmal eine Monochrom, äh, und natürlich eine M11, ja. Das war schon bei 10, ja. 10M, ja, also 2011, wir rechnen lieber nicht mal nach, was das enthält. Das ist also 2011, wir sind jetzt bei 10, 2011 hatte ich noch keine Kamera, also können wir jetzt sagen, du hast jetzt auf jeden Fall jedes Jahr eine Leica gekauft, manchmal vielleicht sogar zwei. Ja, das ist so ungefähr, also irgendwie mehr. Ja, krass. Ja, und dann habe ich dann natürlich noch die Q, die Q3, die gute Q3. Ach so, natürlich, klar. Mit 28 Millimeter. Mit dem 28er, ja, mit der war ich auch, oder das damals war es die, äh, die Q2, mit der war ich in Mexiko unterwegs und schon, schon geil, so Sternehimmel gleichzeitig zu fotografieren, mit, mit, also Porträt mit Sternehimmel und so, das fand ich schon, schon. Ja, das Bild haben wir ja auch hier hängen, das hast du mir gezeigt, das hat mich echt aus den Socken gehauen, so ein Porträt zu sehen und wirklich so klar im Hintergrund die Sterne. Ja, also, ähm, ich habe schon, ich habe schon Fable für M, also analog wie digital, das ist schon, ich, also, hier habe ich jetzt gerade einen 135er drauf, eher ein bisschen so ungewöhnlich für M, aber, äh, auch das Apo hier, das ist schon echt, erstes Hane. Ja. Ja, also, die, die Geschichte ist natürlich die, jetzt, ich meine, Kameras hin oder her, also, ich bin schon eher so der Objektiv-Freak, so, ich liebe halt die und die Objektive, so, also, ich bin auch voll, äh, voll begeistert von dem, äh, von den aktuellen Summiluxen, also 50er Summiluxen, also das eine, wo du dann die Einstellgrenze jetzt ziemlich auf 45 Zentimeter ranhol kannst, ähm, ist, ist natürlich klasse und auch das Vorgängermodell, äh, liebe ich total, also, ähm, allein nur dieses Design von den Summiluxen, so, was die Hintergrundunschärfe angeht, so, dieses weiche Bokeh, das, ähm, ist schon, das ist schon einfach das Summilux wert, so, also, für mich wäre, glaube ich, wenn ich jetzt mich nur auf 51er runter reduziere müsste, weil ich auch das 50er Apo habe und, ähm, und auch das Noctilux, dann wäre für mich aber so wirklich die Zwische, die Zwischewelt, wenn ich jetzt nur eins haben müsste, dann wäre ich, wäre ich beim, beim aktuellen Summilux, das ist so das Beste aus allen Welten und klein und kompakt, das ist ja das, was an der M eigentlich ja das, so Sinnvolle ist, man hat einfach so ein schickes Accessoire, unauffällig und, und, äh, und eine Wahnsinnsqualität, die, die, das wirklich, wirklich Spaß macht, ja. Okay, also ich würde sagen, Kameraausrüstungstechnisch hast du so alles erreicht, was zu erreichen gibt, deswegen wäre meine Frage, was für Ziele hast du noch fotografisch gesehen, also was oder wen würdest du mal gern vor die Kamera holen? Ja, also, ich würde gern wieder, äh, vor allem nach, äh, ich würde gern nach Chile wieder gehen, in die Atacama-Wüste, da, da wäre ich gern, wäre ich gern unterwegs, äh, und da wäre ich tatsächlich gern auch mit einer, ähm, mit einer M7, M6, so irgendwas gern unterwegs, mit Diafilm, da würde ich gern Diafilm fotografieren, ein bisschen, ähm, weil damals 2007, da, da war mal, äh, da war eben der Vater, mein Bruder und ich, da war mal unterwegs in der Wüste, also auch Atacama-Wüste und San Pedro de Atacama, also die, die Gegend ist der Hammer, ja, also es, äh, und da mit so einer schönen, kleinen Billingham-Tasche und dann hast du da deine drei, vier Objektive drin, die nicht schwer sind, äh, und dann, ähm, kleines Reisegepäck. Viel Filme mitnehmen. Viel Filme mitnehmen, das war, also das ist schon, das wäre so ein, ein Traum, äh, den ich, den ich hätte. Ja, und, äh, ich würde auch gern mal nach Afrika, oder nach Indien zum Kühe fotografieren, das wäre auch noch so ein Traum. Darüber hatten wir es gestern ja, wir waren ja zu einer ähnlichen Zeit in Indien unterwegs und, äh, kamen da auch nochmal kurz auf das Kuh-Thema zu sprechen. Genau. Das fände ich auch super spannend, den Vergleich, Kühe hier im Schwarzwald, Kühe anders auf der Welt verteidigen. Naja, ja, ähm, es gibt so einiges, was ich gern noch, äh, ja, vor allem eben Reise würde ich gern wieder, äh, ein bisschen, ein bisschen mehr. Vor allem eben Chile, Argentinie, so die Feuerland, die Gegend unter, die ist so wild und rau, da würde ich gern mal wieder hin, ja. Ja, wir sitzen ja hier in unserer Galerie, äh, mit den Kunstwerken, die man alle ja auch kaufen kann, ähm, und du, du bist ja bekannt, dafür, äh, schon viele Ausstellungen gemacht zu haben, viele Bilder schon verkauft zu haben. Äh, wir haben gestern auch drüber gesprochen, wie siehst du den Kunstmarkt aktuell? Ja, also, Kunstmarkt ist schon immer sehr speziell, ähm, nicht vorhersagbar, und, ähm, also, es ist halt super emotional und natürlich, glaube ich, vor allem ein bisschen auch so eine Frage der, der Wirtschaftslage, so, und aktuell sind wir ja eher in der Rezession, so, alles ein bisschen rückläufig, alle sind eher zurückhaltend und ich sehe das, glaube ich, ein bisschen so auf der Art Karlsruhe, da, ähm, da ist es also super volatil, da ist, also, ein Jahr ist mal so, da geht es voll ab und dann wieder ein anderes Jahr, da ist es eher, eher verhalten und, äh, also Corona, die Corona-Zeit spielt halt auch noch mit rein, also, ich hatte zwei Ausstellungen in, auf der Art Karlsruhe vor Corona und jetzt zwei oder drei nach Corona und, also, das sind schon einfach zwei, zwei Welten, so, vor Corona, nach Corona, ähm, also, es hat sich schon, da hat sich schon was verändert, Leute sind vorsichtiger geworden, ja, vielleicht gehen die auch, sie gehen auch weniger raus und, ähm, ja, also, also, was ich auf jeden Fall merke, ist, dass die, die Leute Kunst möge, ja, auch bezahlbare Kunst, die sie daheim, ähm, aufhängen möchte, so, ich habe ja auch so ein bisschen was günstigeres im Portfolio und trotzdem limitiert, ich sag mal so, zwischen drei, zwischen, ja, ich sag mal so, zwischen 1000 und 300 Euro, so um den Dreh, da, da will sich der Normalbürger auch was gönnen, ja, jetzt nicht unbedingt immer nur sowas für 5000 oder sogar 20.000 Euro ähm, und dann aber trotzdem was wertiges habe, also, ich habe ja eine ganz berühmte Kuh mal fotografiert, die Irene, so ein Highland, so ein Highland-Rind, was so die Zunge ein bisschen rausstreckt, äh, und die ist bei mir ja komplett ausverkauft, außer auf, äh, außer auf Museumsglas, Meter mal Meter, und, ähm, da ist sogar der Wert dann auf Ebay, ähm, massiv gestiegen, ja, dann wird dann damals eine Kuh für 600 Euro, wird auf einmal für 2000 Euro gehandelt, das ist schon, schon 3x ist nicht schlecht. Das macht einen sicher auch stolz, oder? Ja, wenn man das so sieht, ja. Ja, 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 und das ist aber auch das, was ich so bei, bei den Kunden auch, ähm, was ich für die Kunde auch will, ja, also ich will, dass die, ähm, halt auch die Garantie habe, dass, dass es limitiert ist, und dass es was Besonderes ist, weil viele fragen mich, ja, warum hast du denn überhaupt limitiert, kannst du ja viel mehr verkaufen, sondern, ähm, der Kunde hat dann dadurch auch einfach einen Wert, also er hat nicht nur was Schönes daheim, was Besonderes und, und was Wertvolles, sondern er hat sogar einen echten Wert, so, also das ist schon, ähm, eine Win-Win-Situation auch dann wieder für, für den Kunde, und, äh, ja, so, so generiert man auch ein bisschen die Sammler, äh, die, die einem natürlich auch helfen, ja, also ich muss, ich muss schon sagen, es ist schon was auch was, äh, Besonderes auch für mich, dass ich das überhaupt machen darf, dass, dass ich einfach von meiner Fotografie leben kann, ich glaube, es ist nichts, nichts, ähm, gewöhnliches, so, dass das überhaupt funktioniert, ähm, ich, ich weiß noch damals, äh, mein, mein guter Freund, der Valera, der hat damals, so 15 Meter von meinem Balkon entfernt gewohnt, da war ich so auf dem Balkon und hab irgendwie Sterne fotografiert, so als Obernerd, und hab so einen Zeitraffer die Nacht durchlaufen lassen, und dann hat er so, ähm, stand da so drüben mit der Zigarette im Mund und hat so gesagt, ja, weißt du, Sebastian, du musst mal, du musst mal so ein Projekt machen, dann wirst du berühmt, okay, ja, spannend, hat ja geklappt, das hat dann geklappt, ja, ja, da, ähm, bin ich, bin ihm da schon auch dankbar, irgendwie war das schon auch, ähm, das hat schon, das war schon so ein, so ein kleiner Mini-Stubser, ja, jetzt lacht man irgendwie drüber, aber, ähm, also, es, hat das Feuer entfacht, hat schon ein bisschen das Feuer entfacht, das auch, ja, ja, okay, jetzt haben wir viel drüber gesprochen, was gut lief in deiner Karriere, gab es auch so ein richtig großer Fail, wo du sagst, oh, da denkst du noch häufig nach drüber? Ähm, ja, also, ich meine, das ist so, ein Fail, äh, ist ja eigentlich auch immer was Gutes, weil du dann halt ja eigentlich, weil du daraus ja richtig was lernen kannst, also, von dem her würde ich die Fails jetzt nie so verurteile, ähm, und dann kommt man, irgendwie so in dieses Hätte-Hätte-Fahrrad-Kette-Ding rein, aber so mein, mein Hätte-Hätte-Fahrrad-Kette ist vielleicht so ein bisschen das, dass ich viel früher, ähm, den Mut hätte haben sollen, schon mit, schon mit 22, 24, 25, äh, schon vielleicht eher in die Selbstständigkeit zu gehen. Du hattest den Meister in Kachelofenbau, wäre das auch das, was du jetzt machen würdest, wenn du kein Fotograf wärst, oder gäbe es da was anderes? Ähm, also, ich finde eigentlich, äh, auf dem Bau zu arbeiten, finde ich echt schon geil. Also, ich finde es geil, auch Häuser zu bauen. Ich, also, ich, ähm, ich, also, ich mag es nach wie vor, auch handwerklich was zu machen. Es ist ja auch was, einen total befriedigt, so vom, du nimmst was in die Hand, und du siehst was, was nachher, das geht was vorwärts, so. Das, manchmal ist für mich, wenn ich am Rechner sitze, das so ein bisschen so ein Fake-Gefühl, was ich so hab. Also, aber ob ich jetzt als Kachelofenbauer, ähm, also, wenn, dann müsste ich schon blind sein, damit ich nicht mehr fotografiere kann, Dann, dafür hätte ich dann eine Alternative, würde ich wahrscheinlich, äh, mir die Uni-Vorlesungen, äh, von irgendwelche, ähm, Galaxie und Sterne, würde ich mir irgendwie reinziehen, schwarze Löcher, und so, dafür würde ich mich wohl wahrscheinlich interessiere, so Astronomie, wenn ich nichts mehr sehen können sollte, so, also, also, wenn, dann müsste ich schon das Augelicht verliere, so, das wäre, das wäre hart, ja, das Augelicht zu verliere wäre hart, ähm, aber auch dafür hätte ich eine Alternative, so, das, äh, habe ich mir auch schon überlegt, nee, nee, aber, ähm, ich finde es halt auch krass, dass ich nach so ewiger Zeit, ähm, immer noch dieses krasse Gefühl habe, äh, ich muss immer Kamera bei mir habe, im, im Auto, und muss immer sofort, äh, fotobereit sein, weil es ist, es hat so, jeden Tag so seinen Reiz, dass irgendwo ein geiles Motiv, ähm, sein kann, also, gestern zum Beispiel kann ich so ein ganz kleines, äh, Ding verraten, wir waren im Restaurant, und ich habe gesagt, ja, ähm, muss man mich noch geschwind umziehen, und bin einmal so durch einen kleinen Teil von Heidelberg gelaufen, ohne Kamera, ohne die, äh, ohne die M9M, und auf dem Weg habe ich zwei richtig geile Motive gehabt, und habe sie nicht fotografiert, weil ich die, weil ich ganz kurz nur so fünf Minuten, zack, zack, du musst die Kamera immer dabei haben, immer, 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 ja, also, ja, und wenn du das hast, ja, dann, wenn du, wenn du das nicht magst, die Kamera mit dir rumzutragen, dann, äh, sieht es schlecht aus für deine Karriere als Fotograf, ich kenne Fotografe, die sagen, oh, ich bin froh, wenn ich die Kamera heute Abend weglegen kann, ey, ich habe nach, 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 bin ich nachts hin mit meinem T5 in die Wiese reingefahre, oder ne, das war damals noch, war es noch mein grüner Golf 4, 1,9 Liter TDI, die, die, die Killermaschine, äh, irgendwo ins Feld reingefahre, Stativ aufgestellt, und habe ich noch Sterne irgendwie fotografiert, und dachte so, oh, endlich ist die Hochzeit vorbei, krass, endlich jeder Sterne, endlich, aber so eine, so eine M, die trägt man auch gern mit sich rum, ja, sieht doch immer gut aus, ja, 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 also ich, liebe sie auch wirklich, weil sie gut aussieht, weil es eine schöne Kamera ist, und ich muss gestehen, ich hasse hässliche Kameras, jetzt, ich mache richtiger Front gegen Nikon, aber Nikon ist hässlich, muss ich leider bestätigen, jetzt aber, was ist denn die hässlichste Kamera der Welt, äh, boah, das wäre immer so eine Frage, Nikon ist schon weit vorn, was ist denn hässlich, ja, ah, es gibt doch die eine Fuji, äh, die so aussieht wie so ein Duschgel, die auch so wie so eine Polaroid ist, du, du meinst die, äh, Instax Mini, ja, ah ja, das ist auch einfach, da gibt es schon hässliche, dann kommen wir zu unserer Kategorie im Podcast, sechs schnelle Fragen, äh, und da starten wir direkt rein, analog oder digital? Analog. Blitz oder Dauerlicht? Blitz. Autofokus oder manuell? Manuell. Festsprenn weiter oder Zoom? Festsprenn weiter. Out of Cam oder Nachbearbeiten? Nachbearbeiten. Und feste Vorstellungen oder Treiben lassen? Treiben lassen. Das war ja schnell. Das war tatsächlich schnell, gut. Ja, dann kommen wir jetzt zu der Frage der Frage. Was würdest du dir für die Fotografie wünschen? Ähm, boah, dass, ähm, sie komplett ersetzt wird durch AI. Okay, wir enden den Podcast. Danke. Das hat auch nur keiner gesagt. Ja, das ist ja auch richtig scheiße, ja. Nee, also ich hab, ich hab heute Morgen ein YouTube-Video angeschaut von Chelsea und Tony, die so ein Bildbearbeitungsprogramm vorgestellt haben, wo du einfach deine, deine Gesichtsbilder vom iPhone irgendwie hochlädst und dann macht's dann so Business, Business Portraits aus dir. Das ist doch der Trend für perfekte LinkedIn-Bilder und so. Genau, ja. Und du siehst aber aus so ein bisschen eher wie dein Bruder. Also du siehst nicht aus wie du. Also ich, klar, das wird irgendwann so sein, du siehst dann aus so wie, aber ich, also ich find's, ähm, also als ich, ähm, ich will jetzt das nicht so zu AI irgendwie lenken, aber als ich zum ersten Mal Mid-Journey-KI ausprobiert hab, hat mir das echt drei Tage lang, war es mir schlecht von, von, von Mid-Journey. das war, das ist jetzt drei Jahre her oder so, die erste Mid-Journey-Dinger. Da hab ich auch, viel passiert. Ich hab auch versucht, meine eigenen Bilder zu kopieren und so. Es hat, das hat also so gut wie gar nicht funktioniert, aber ich war trotzdem echt, weil ich so gedacht hab, okay, es geht halt die Welt unter. Also ich betriffe vielleicht auch, vielleicht kann man es auch ein bisschen reinrechnen in die Kunstbranche. Also aber, ähm, ähm, ja nee, es beantwortet jetzt nicht so deine Frage. Ich find's ein bisschen weggedriftet. Ja, also, äh, was ich mir für die Fotografie wünsche, ähm, ja die Antwort wäre, da wäre so ein bisschen die Antwort eigentlich auch schon wieder mitgeliefert, also von, ähm, zwecks KI, eine KI kann nicht eine Fachkamera aufstellen oder eine schöne Filmeinlege und die, die können zwar die Imperfektion fake, so, aber sie können nicht die Fachkamera einstellen und eine richtig tolle, ein toller Abzug generiere im Labor, der einfach so, ähm, wird es, das wird's, klar, irgendwann wird's Roboter geben, die rumlaufen und dann auch die Fachkamera aufstellen können, wird's sicherlich geben, äh, der Elon ist ja dran, aber, ähm, aber so, also für die, ich denke vor allem in der Kunst möchte die Leute Originalität haben und, äh, weißt du, wenn ich mir aus dem Internet jetzt irgendwo einen Steve McCurry rauskopiere, den aufboost und mir dann daheim als Poster hinhänge, damit ich, weil ich mir nicht leisten kann, aber ich trotzdem Fan bin, kann ich's ja auch verstehen, ich war ja früher auch so ein bisschen so ein, äh, Musik, dass ich die Musik irgendwie runtergelade hat und so und dann ordentliche Strafe kassiert hat, ähm, aber, ähm, zum Schluss möchte man trotzdem irgendwie ein Original und auch irgendwie einen Bezug, ja, so AI hat ja null, das ist so beliebig, dass die Leute auch davon gelangweilt werden, so, weißt du, ach Gott, jetzt ist das wieder KI, weißt du, was langweilig einfach, du willst irgendwas haben, wo, wo auch ein echter Mensch hinter dran, hinter dran stand, so, das, ähm, also, willst du dir wünschen, dass es, dass Fotografie original bleibt oder organisiert? Ja, ich denke auch, also, dann, wenn man es jetzt ein bisschen noch digital, also, ich habe jetzt so ein bisschen für das Analoge eingesprochen, ich stelle eine, ich stelle eine Fachkamera auf, mach vier mal fünf oder, oder noch größer halt und mach so richtig krasse Dinger, ähm, also, ich mach das ja selber auch im Studio, sechs mal siebzehn liebe ich total im Moment, das macht auch in Landschaftsfotografie, äh, viel Spaß, ich habe es jetzt eher im Studio, ähm, aber ich denke, äh, Leica hat ja auch, glaube ich, schon so ein bisschen darüber, äh, philosophiert, dass sie, ähm, wie so eine, also, wie so eine Art Originalzertifizierung da rein basteln, also, wir haben ja diese Content Credentials, äh, zusammen entwickelt mit Adobe, wo dann einfach im Bild quasi, ähm, wie reingebrannt wird, okay, so hat dieses Bild ausgesehen beim Zeitpunkt der Aufnahme und dann kannst du es zwar bearbeiten und verändern, aber jeder Schritt der Veränderung wird dokumentiert und kann dann auf einer, äh, Website dazu auch eingesehen werden, was wurde an diesem Bild verändert. Ja, das ist ja so wie die Contact Sheets, äh, oder nicht Contact, also wie die, äh, Kontaktabzüge oder wie die, äh, so wie man es früher, wie man es ja von denen typische, äh, da hat man ja auch Nachbearbeitung gemacht, ich finde es immer so ein bisschen doof, die Leute fragen immer, ja, sind die, die sind die Bilder bearbeitet, ja, was ist denn das für eine Frage, äh, Kein Geld kommt so aus der Kamera, ja. Weil, weil die gute Fotografe haben ihre ja Bilder immer ja bearbeiten lassen und eine gute Bearbeitung, das macht halt ein gutes Bild einfach nochmal, ja, nochmal, nochmal ein bisschen schöner einfach und hebt die Story vielleicht nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr raus und, äh, ich denke, zu, zu so einer AI-Geschichte, die die Sache so scheinbar ein bisschen bedroht, ist glaube ich vor allem, ähm, ist vor allem dann, sowas wie, äh, Blockchain-Technologie, die ja auch voll auf dem Vormarsch ist und die für Einzigartigkeit steht, die wird irgendwann sich mit, äh, Kameras verbinden und der Kunde, der Kunde braucht einfach immer eine Garantie, dass es ein Original ist. Also bei mir ist das ja auch so, ich habe ja meine Bilder auch, äh, die sind ja, die haben ja auch Zertifikate dabei, dass es, äh, von mir kommt und nicht von irgendjemand anderem. Also das ist irgendwie, die, die Gefahr der Kopie gab es ja eigentlich schon, schon, schon ewig. Und von dem her, ähm, gibt es ja auch immer wieder was, was dagegen gesetzt wird, ja. Also es wurde ja schon immer irgendwas kopiert, ja. Ich meine, ähm, ähm, der, der, die große Künstler, die große Künstler, die große Maler, die wurde ja auch immer nachgemacht, mehr oder weniger. Das ist ja dann auch schon KI, wenn man eigentlich will, dieses Nachmachen. KI ist ja einfach nur, ich reinterpretiere irgendwas, und jetzt halt auf meinem maschinellen Wege. Und früher haben es halt andere Leute gemacht, so. ja, da, äh, ist die Fotografie, denke ich, nach wie vor auf dem, auf dem absolute Top-Weg. Und wenn da solche Sachen, ähm, ich hab nur, wie heißt die Technologie? Zähl? Ähm, Das ist der Weg für die Zukunft, ja. Ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Sicherlich auch noch irgendwie mit Blockchain integriert, aber, äh, es ist auf jeden Fall mal der richtige Weg. Ich würde sagen, damit können wir es gut abschließen, ja. Vielen Dank, Sebastian. Ich sag danke, ja. Für die. Dass du hier bist. Und die Ausstellung, die jetzt bis Anfang Februar hier ist, kommt vorbei, guckt es euch an. Kauft ein Bild. Ähm, es gibt ganz verschiedene Formate. Checkt es mal auf unserem Webshop, im Artshop. Da könnt ihr dann gucken. Ähm, ja. Und dann wünschen wir euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüssi. So, das war die Podcast-Episode mit Sebastian Werle. Wir haben euch unten seine Socials verlinkt, äh, seine Galerie. Checkt es auf jeden Fall ab. Ähm, wenn es euch gefallen hat, dann, äh, folgt unserem Podcast, hinterlasst eine Bewertung und auf YouTube, äh, lasst uns ein Abo da. Wir sehen uns. Bis dann. Bis dann.